Drei Bürger, ein Politiker, ein Tag. Wer kann überzeugen? Sie wollen das Volk vertreten. Warum glauben Sie, können Sie das besonders gut? Wie lebendig ist unsere Demokratie? Es ist ja ein Zufall. Deine Bewusstwerdung fällt zusammen mit dem Amtsverlust. Wen vertritt denn die SPD tatsächlich als Wähler? Das Social Factual mit Jo Schück. Volksvertreter. Donnerstag, 22.15 Uhr. ZDF NIO.